Ja hallo und schon jetzt weiter mit Minecraft in der nächsten Folge. Wir ähm waren gerade dabei. Äh ja wo waren wir denn dabei? Das ist schon mal wieder die Frage. Äh mal kurz gucken wie viel mehr Zeug wir haben. Ich könnte hier nämlich eins mehr gebrauchen. Äh und dann schauen wir gleich mal drauf. Äh ja die Kisten fehlen immer noch. Gut und ich glaube wir haben auch noch jede Menge Kupfer gebraucht. Äh mal kurz nachgucken. Ja da ist ja kein Kupfer drin. Schön. Äh ja schön. Gut das heißt dann äh leider wohl oder übel müssen wir immer noch buddeln gehen weil ähm ja. Ich hätte doch ganz gern äh lalalalalala ganz ehrlich wollte ich schon sagen. Ganz ehrlich den äh Mining Laser endlich mal in den Händen. Äh ist das echt äh 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 äh. Ich sitze ja eigentlich mit dem Sand. Ach wir haben ja da. Wir haben ja da noch was fertiggestellt. Uh hahahahahahahahaèt. Oh schön. Hhh schön schön schön. Ah komm schon. ein theoretisch müsste hier jetzt immer noch kein sand über und die erde müsste langsam weniger werden ja ja nicht wirklich stimm aus dem fall und noch mal es gut jetzt mal gleich ganz stark in das auch kurs so ja die frage ist wo gehen wir wollen wir könnten in einem minuten darf fehlt noch ein eckchen wir könnten in die höhle gehen oder Ja, wir gehen einfach hier runter. Und dann muss... Ach, wir müssen mit denen auch mal weitermachen. Au, 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 au. Wieso habe ich jetzt eigentlich das Peat geholt? Ich habe keine Ahnung. Ha, ha, ha. Zack. Äh, Moment, 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 Moment. Das machen wir ja mal anders. Wir haben ja jetzt unseren tollen Rucksack endlich. Juhu. He, he, he. Äh. Wollen wir noch eins rausnehmen jeweils. Und dann können wir da schöne, wups, Treppe reinbauen, muss ich sagen. Tididio. Und die Playlist passt gerade nicht so ganz. Wir wechseln mal wieder in eine äh, 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 ältere Playlist. Ah, nein, die meine ich jetzt eigentlich gerade nicht. Sondern mal wieder in die hier. Höchst grade 1,1,1,1... Sullivan, 4,1,1,1,1... Äh, fassen wir jetzt mal weiter hin? Aber natürlich sind jetzt eigentlich alle Hände der Quarter und dann einfach nicht so ganz Nicholsoncke. Ah, Fackeln. Die werden nicht ganz reichen. Dabei wollen wir eigentlich nur ein bisschen Kupfer. Ja, und nochmal Zinn. Oh, Gold. Klar, wir fänden Zinn mit Gold. Und das nicht mal zu knapp. Ah. Silbe, auch schön. Äh, ja. Gut, während ich hier bunne, kann ich ja mal wieder vielleicht ein paar Sachen aus meinem Leben auspacken. Ich hab gerade trotzdem früh aufgeschaut, wieder aus dem Fenster geguckt und es schneit. Es schneit wie aus, äh, ja, sonst nichts. Die Dächer sind alle weiß und Schnee und, ja, und ich bin sehr, sehr froh darüber, denn ich persönlich liebe den Winter. Ich weiß nicht, was ihr vom Winter haltet, aber ich finde ihn einfach geil. Man schwitzt nicht, man kann endlich wieder Wintersport betreiben und, yay. Ich hoffe nur, dass es in der nächsten Zeit noch ein bisschen mehr schneit, dass das langsam auch sich mal ein bisschen sättigt und nicht, dass es gleich wieder wegschmilzt, weil, ähm, Schnee ist zwar ganz geil, aber diese Schneematschpampe, wenn es ein bisschen so schneeregenmäßig ist, die finde ich wieder nicht ganz so geil. Ja, soviel zu dem, was ich heute früh gesehen habe, als ich aufgestanden bin. Ho, ho, ho. Yay, welch ein Informationsgehalt. Ähm, eigentlich mal, äh, wichtiger ist ja, dass mir, ähm, eigentlich ist einmal zu sagen, ich bin ja immer noch ein bisschen, äh, ja, stinkig, möchte ich mal sagen, darüber, dass, äh, Red Power immer noch nicht abgelettet ist und auch noch immer kein, äh, Statusbericht da ist. Denn, wie gesagt, der Letzte ist jetzt schon, ja, punktgenau ein Monat wieder her und das ist immer so der Abstand, in dem Elora meistens was von sich hören lässt. Und, äh, ich warte ja jeden Tag inständig drauf, dass jetzt endlich mal wieder hier was, äh, passiert. Aber irgendwie tut sich halt rein gar nichts. Und das ist halt schon ein bisschen ärgerlich. Ist jetzt vielleicht ein bisschen nervig, weil ich in den letzten, äh, 10, 20 Aufnahmen mindestens schon darüber mich beschwere, dass, äh, Red Power immer noch nicht geupdatet worden ist. Aber, äh, ja, es ist ein bisschen blöd halt. Wie gesagt, alle anderen technischen Mods sind halt schon seit langem soweit, nur Red Power eben nicht. Und Red Power ist halt gerade so ein Mod, auf den man eigentlich wenig verzichtet. Beziehungsweise wir haben uns ja dazu entschieden, nicht drauf zu verzichten. Ach, was will ich mit der Kohle? Da haben wir so viel davon. Ah, wieder kein Kupfer, das ist unglaublich. Ah, komm schon, ich will jetzt die Meinungen jetzt haben. Pew, 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 pew. Dann wäre das alles kein Thema. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Und schon wieder zurück. Ah. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, irgendwie passt Musik doch nicht ganz so. Wir nehmen vielleicht doch mal wieder eine etwas... ...andere. Ja, ich bin heute ein bisschen unentschlossen, was die musikalische Untermahnung angeht. Ah, Nikolai ist super. Wir könnten auch endlich mal was mit dem Nikolai anfangen. Sprich, ein paar Red Power Sachen zu bauen damit. Äh, genau genommen Red Power Maschinen-Zeugs, aber, hm, ja. Ja. Könnte man tun, aber irgendwie, hm. So rechte man auch wieder Kupfer. Yay. Ah, das macht mich so ein bisschen wahnsinnig gerade. Vor allem, weil ich Idiot... Ich... ...endlos blöder Idiot habe in der letzten Folge... ...oder in der vorletzten Folge... ...zwei Stacks, äh, Kupfer durchgelassen für Kabel. Äh, ja. Na, komm schon. Müsst mir nicht bald wieder... Ups. Zurück sein. Hinter den Dat. Ah, ich glaube, wir finden hier wieder gar keinen Kupfer. Ich Idiot. Das ist wieder diese, diese, diese... ...äh, Generierungs-Bug von damals noch gemäß, als ich durch die Welt einmal rumkopiert habe. Ah, 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 ah. Ah, ah, stupido. Okay, 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 okay. Das heißt jetzt, aber, dass wir, äh, ...höh, den ganzen Schacht hier eigentlich knicken können. Ah, blöd, 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 blöd. Ah, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt, äh? ...äh, ne neuen Schacht anlegen? Hm. Könnten beim Query kurz... Ah, erst mal gucken wir ins Bett. Ah, genau deswegen. Nein! Wieso habe ich kein Jetpack an? Was soll denn die Sch... Ah, ja, genau. Ja, ja, nun hört doch auf! Vier Creeper, ich glaub's ja gleich. Wollt ihr mich echt verarschen? Na, also. Ah! Kommt man nichts an, aus der Milie raus entstehen vier Creeper, oder? Schon klar! Da steht noch einer und ein Ende. Oh, Leute! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Äh, schnell verkrümeln! Oh! Oh! Gott! Herzinfarkt! So, jetzt erst mal den anderen Creeper noch suchen. Ich hab keine Lust, dass er uns irgendwann später mal überraschen wird. Wieso steht jetzt da bei den Kühen drin? Was war denn die Scheiße? Ah, kurz warten, 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 warten. Und dann... Final Hit! Ah, ja, schön. Hehehehe. Ah, so. Ich sitze da schon wieder in der Spinne. Kupfer! Perfekt! Das trifft sich doch wie die Faust aufs Auge. Das heißt, wir graben hier gleich noch ein bisschen rein. Vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr. Das wäre ja ganz geil. Aber es sieht mal wieder nicht so aus. Oh, komm schon. Mal ein bisschen Licht machen hier. Ah, Leute. Ich will Kupfer. Gebt mir doch endlich mal Kupfer. Uh, ein Höhchen. Ne? Das können wir auch mal angucken. Vor allem gleich mal nicht so ein Wasserkäse hier zumachen. Sonst kriege ich wieder Kretzeanfälle. Das ist unglaublich. Ah, aber es sieht schon wieder ein bisschen schlecht aus. Hier mit Rohstoffen mäßig. Ich dachte, das wäre eine Höhne. Weiß nicht, ob wir das Wasser tümpeln. Äh. Irgendwie ein bisschen langweilig heute, oder? Ja, aber so ist es. Wenn man Rohstoffe braucht und man findet sie nicht. Das ist einfach stinkend langweilig. Wahrscheinlich wird man deswegen auch gleich wieder ein Abonnent abspringen. So wie letztens. Zwei Folgen gemeiner und ja. Oder eine Folge gemeiner und zack. Nur Abonnent weniger. Wow. Das finde ich mal wieder ganz geil, seine Aktion. Aber okay. Ist doch nicht mein Problem. Äh. Oh. Kann ich hier nicht, weil man irgendwo ein Kupfernest auftauchen? Nö. Anscheinend nicht. Anscheinend taucht hier gar nichts auf. Weiß schon. Äh. Nerv, 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 nerv. Ah. Wieder Kohle. Endlos Kohle. Aber nichts anderes. Ah. Falscht das Fekt wieder an. Was mir letztes Mal wieder so aufgefallen ist. Ich hab ja, hab ja, hab ja, hab ja, hab ja vor Urzeiten in irgendwelchen recht frühen Folgen ein Versprechen gegeben. Ein Versprechen an gewisse Personen, dass ich sie ins Let's Play einbinden werde. Das ist bisher erst für, ja, ich sag mal, 1,5 Personen passiert. Den lieben, äh, Leichengott und den Schleimkekse ist angekündigt, was passiert ist. Und von den anderen, ja, wir damals gesagt, äh, überlegt euch was. Oder wartet, bis mir was einfällt. Wie gesagt, mir ist bisher immer noch nichts eingefallen. Und, ähm, ich möchte die Person vielleicht nochmal dazu aufrufen, äh, eventuell ein paar Vorschläge einzureichen. Denn, äh, wie gesagt, ähm, das kann, könnte, äh, die ganze Aktion könnte das Let's Play wieder ein bisschen intubativer gestalten. Äh, ja. Und vor allem, ich bin manchmal sehr unkreativ. Das merkt man ja auch schon wieder, äh, indem ich hier sinnlos Löcher in die Wand wurde. Äh, und wenn es weiter so geht, wird es auch sehr lange dauern, bis ich, äh, genannte Personen irgendwann ins Let's Play einbinden kann. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der Friedhof auch der aktuellen Stand ist. Ich hoffe jetzt einfach mal. Äh, super, zwei Kupfer, yay. Das hat irgendwie rausgerissen jetzt. Aber, ah, 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 wir holen jetzt einfach mal das Kupfer hier. Na, komm schon, ah, lande da jetzt. Ja, so. Na, also. So, da ist schon mal Kupfer, da ist noch ein bisschen Sinn, das passt auch, jetzt machen wir auch noch damit. Da war doch auch noch irgendwo Kupfer. Ja, das Kupfer hat ein Sinn, das nehmen wir so mit. Ah, komm mal ran. Wieso haben wir nicht gleich hier angefangen zu graben, Mann? Hätte man so viel Zeit sparen können? Du kommst mit, komm, bleibst nicht hier. Da war auch gleich pouch. Schau? Ja. 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 Vielen Dank.